Im Hintergrund ein schmiedeeisernes Parktor, links Ziersträucher, rechts die Schlossfassade. Sie suchen hier? Ich habe eine Einladung von meiner Tante erhalten und bin hier. Wer ist die Tante? Frau von Luber, die Wirtschafterin des Herrn Ohling. Warten Sie noch, ich werde anmelden. Ich bin eine arme Verwandte und gehöre zu andern dazu. Ach, wenn sich doch keiner um mich kümmern wollte. Doch das tun Onkel und Tante und nichts freut sie bloß ich auch zu. Das ist kein Leben, das ist nur Vergruß, den manchmal sollten wir werden. Ach, wenn ich mich doch seiner entledigen könnte. Am liebsten würde ich einfach weglaufen. Das ist kein Leben, das ist nur Vergruß, den manchmal sollten wir. Das ist kein Leben, das ist nur Vergruß. Und keiner dürfte mich wollen und schicken, ich müsste mich nicht mehr ducheln und mögeln. Wenn mich drückt dem Nächsten, treu dich die Hand, ich bin ja nicht mit ihm erwandt. Auch das wäre ein Leben, das wäre ein Begruß. Wenn man vergessen könnte, wenn man vergessen könnte, dass man verwandt sein muss. Ich bin ja nicht mit ihm, das ist nur Vergruß. Ich bin ja nicht mit ihm. Ich bin ja nicht mit ihm. Untertitelung des ZDF, 2020